Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man einen Schwerlastanker entfernen und somit auch einen Bolzenanker zum Beispiel aus Beton wieder richtig demontieren kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Das Entfernen geht natürlich nicht so einfach wie bei einem einfachen Dübel in der Wand, da der Anker doch ordentlich auch was aushalten kann. Und ich zeige jetzt einfach mal zwei Methoden, wie man diesen Bolzenanker doch relativ gut verschwinden lassen kann. Methode Nummer 1 funktioniert am leichtesten, wenn ein Bohrloch wirklich tief genug gebohrt ist. Bedeutet, dann können wir nämlich diesen Bolzenanker einfach noch etwas tiefer einschlagen und so sehen wir ihn am Ende nicht mehr. Zuerst müssen wir hierfür aber mal unsere Mutter gegen den Uhrzeigersinn lösen. Das Bauteil ist entfernt und jetzt kann ich mit einem Hammer das Ganze, wie gesagt, einfach mal noch etwas tiefer einschlagen und am Ende zum Beispiel so einen abgebrochenen bzw. abgeschnittenen Schraubendreher noch zur Hilfe nehmen, dass ich das Ganze natürlich noch etwas tiefer in den Beton hineinbekomme. Falls du übrigens sicher weißt, dass dein Bohrloch nicht tief genug ist und das Gewinde am Ende relativ sicher rausschauen wird, dann am besten, bevor wir es reinklopfen, mal noch mit einem Winkelschleifer dementsprechend kürzen und danach können wir das Ganze, wie gerade eben gezeigt, wieder in unseren Beton hineinschlagen. Wenn gewünscht, können wir unser Loch dann auch noch verschließen, also zum Beispiel verputzen oder etwas Beton hineingeben und wenn du aber davor das Gewinde durchtrennt hast, dann würde ich sicherheitshalber mal noch etwas Korrosionsschutz auftragen, nicht, dass am Ende durch den Putz wieder Rostflecken hindurchkommen. Falls du trotzdem probieren möchtest, den kompletten Anker mit Dübel zu entfernen, dann gibt es zum einen mal spezielle Profi-Werkzeuge, welche aber meist ein paar 100 Euro kosten für den privaten Gebrauch natürlich keinen Sinn machen, weswegen ich das Ganze mal mit einfachen Mitteln zeige. Okay, zuerst einmal sollten wir eine relativ dicke Beilagsscheibe über unser Gewinde drüber geben beziehungsweise auch so einen Winkel hier, dass danach die Kraft beim anschließenden Anziehen von der Mutter nämlich relativ gut auf dem Boden gleichmäßig verteilt wird. Als nächstes müssen wir die Mutter einmal so lange anziehen, bis der Bolzen im Inneren reißt und da wir hier natürlich enorme Kräfte benötigen, würde ich auf jeden Fall für einen größeren Hebel mal dementsprechend eine Verlängerung hier hinten anbringen. Bei mir ist der Bolzen auch schon abgerissen, weswegen ich mal den oberen Teil schon ganz einfach herausnehmen kann. Der untere Teil ist leider so stark verkeilt, dem komme ich in meinem Fall jetzt nicht mehr raus. Bei dir kann es aber auch sein, dass wenn du zum Beispiel einen einfachen Magneten hier unten dranhängst, dass du das Ganze auch aus dem Bohrloch herausfischen kannst. Wie gesagt, bei mir funktioniert es leider nicht, aber somit haben wir auch schon den größten Teil von so einem Schwerlastanker richtig entfernt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen Winkelschleifer, einen Hammer oder natürlich auch einen neuen Schwerlastanker zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.